Du kannst mir eine Tasse Tee machen, Harry Kanes bessere Hälfte hat die Hosen an. München, dass Harry Kane, 30, sich voll auf seinen Sport konzentrieren kann und dementsprechend erfolgreich ist, verdankt er auch seiner besseren Hälfte. Katie Goodland, 30. Die beiden sind seit ihrer Schulzeit ein Paar. Der Wechsel des Superstars Kane von den Tottenham Hotspur nach Bayern München ist sehr wahrscheinlich geworden. Es war aber vor allem Katie, welche die Gerüchte um den Wechsel anfachte. Denn sie wurde von der Sportbild kürzlich in München gesehen, um potenzielle Wohnmöglichkeiten in Grünwald zu besichtigen. Katie ist offenbar die Managerin der Familie. Sie hat mit Harry drei Kinder. Ivy, sechs, Vivienne Jane, vier, und Louis, zwei. Doch die drei können sich über ein Geschwisterchen freuen, denn das vierte Kind ist bereits im Anmarsch, wie der schöne Kugelbauch von Katie auf einem Instagram-Post verrät. Katie ist keineswegs nur von Beruf, Spielerfrau. Die 30-Jährige ist laut der Bunden studierte Sportwissenschaftlerin und ausgebildete Fitnesstrainerin. Ihre Reichweite auf Instagram, 250.000 Follower, nutzt die Engländerin zudem, um für Erste-Hilfe-Kurse zu werben, die auf Babys und Kleinkinder spezialisiert sind. Harry Kane schwärmt auch nach fast 15 Beziehungen wie frisch verliebt von seiner Katie. Katie hatte ihren Harry im Jahr 2019 geheiratet. Harry schrieb danach auf Instagram, endlich durfte ich meine beste Freundin heiraten. Ich liebe dich. Diese nun fast 15 Jahre dauernde Liebe nimmt man dem Stürmer ab. Nicht nur die bald vier Kinder sind Zeugen der tiefen Verbundenheit mit Katie, sondern auch das, was Harry über seine Ehefrau sagt. Gegenüber dem Mirror äußerte Kane, sie bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn ich mich wegen etwas schlecht fühle oder mir etwas von der Seele reden muss, kann ich mich einfach an sie wenden. Harry Kane. Sie hat keine Angst, sich selbst oder mich auf die Schippe zu nehmen. Dass sie die Hosen anhat, verrät auch eine nette Anekdote. Denn laut dem Mirror sagte der Torjäger einst, wenn ich einen Hattrick schaffe, wird Katie sagen, gut gemacht, du kannst mir eine Tasse Tee machen, wenn du nach Hause kommst. Sie hat keine Angst, sich selbst oder mich auf die Schippe zu nehmen. Für die sehr wahrscheinliche gemeinsame Zukunft in München mit vier Kindern, lässt Harry Kane ein prestigeträchtiges Ziel fallen. Kane ist mit 209 Treffern der zweiterfolgreichste Premier League-Torschütze der Untertitelung des ZDF für die Schippe zu nehmen.